Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. In diesem Video soll es mal um Palladium gehen. Palladium, das haben die meisten von euch sicherlich schon mal gehört und kennen sicherlich auch viele, ist ein Metall, das vor allem in der Autoindustrie Anwendung findet, insbesondere dort im Bereich der Benzinautos. Um genau zu gehen, 85% des geförderten Palladiums landen im Endeffekt in Katalysatoren von Benzinautos. Das ist einfach ein sehr wichtiges Bauteil mittlerweile im Motor und deswegen ist Palladium auch ein sehr wichtiger Rohstoff und ein sehr wichtiges Material für die Autoindustrie. Ganz lange Zeit stieg der Preis des Palladiums immer weiter. Dadurch, dass natürlich der Bedarf allgemein nach Autos immer mehr wurde, wurde der Bedarf nach Palladium dann dementsprechend natürlich auch immer größer und auch noch durch verschiedenste Entwicklungen, gerade im Bereich von Dieselskandalen und ähnlichem, ist natürlich wieder auch eine kleine Trendentwicklung in Richtung Benziner gegangen und dadurch ist Palladium dann auch wieder wichtiger geworden und dann jetzt kommt langsam die Entwicklung in Richtung E-Autos. Da haben wir natürlich dann automatisch auch einen sinkenden Bedarf für Palladium und damit natürlich auch einen sinkenden Preis auf lange Sicht gesehen. Palladium wird trotzdem in den nächsten Jahren weiterhin an Bedeutung sogar noch gewinnen, einfach dadurch, dass der Bedarf an Dieselautos ja immer weiter abnimmt, die Dieselautos auch auf den Straßen immer weniger werden und dadurch einfach der Bedarf an Palladium durch die höhere Nachfrage im Benzinbereich einfach höher wird. Mehr Benziner auch gleich natürlich ein höherer Bedarf an Palladium. Im Vergleich zu Palladium wird Platin in den nächsten Jahren aber weiter an Bedeutung verlieren, einfach dadurch, dass Dieselautos ja unbedeutender werden beziehungsweise der Bedarf nach Dieselautos deutlich sinkt und Platin wird hauptsächlich in der Dieselautoproduktion gebraucht, währenddessen Palladium ja eher in der Benzinindustrie gebraucht wird. Als kleines Fazit kann man sagen, die großen Profiteure der Zukunft sind einfach Lithium und Kupfer, da diese in der Elektroautoindustrie ganz enorm gebraucht werden. Man kann das daran sehen, Lithium und Kupferminenaktien sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch Palladium wird natürlich in der Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, einfach dadurch, dass mehr Leute noch in die Benzinerindustrie investieren beziehungsweise mehr Benziner noch gekauft werden als Dieselautos. Aber auf ganz lange Sicht gesehen kann man einfach sagen, die großen Profiteure werden Lithium und Kupfer sein. Das war auch mein Fazit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch das Video gerne und abonniert uns auch. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao!